Hallo und herzlich willkommen zu der weiteren Folge von Fable Woods. Wir sind immer noch in den Wäldern und ich frage mich dann immer noch, wie das Ganze zusammenhängt. Jetzt haben wir so einen Typ gehabt, der Experimente macht, der wahrscheinlich die ganzen Leute da gefangen hat und irgendwelche Experimente, die ich nicht verstanden habe oder die nicht erklärt wurden, oder irgendwie was forschen und suchen will und mal gucken, wie es das aufklärt oder ob. Ah, deswegen haben wir dann den Stein gefunden. Jetzt sind wir hier, wo wir dann mal mit den Dings rumgelaufen sind. Ja, das ist natürlich Blurie. Das muss sein, wo dieses kleine Camp ist. Naja. Hier ist nämlich Ashley, wo sie dann gebracht hat. Das wahrscheinlich jetzt nochmal, wie so eine Rückblende jetzt in verschiedenen Orten, wo dann noch was gesehen haben, dass da welche dann gestorben sind. Hier ist das nämlich mit Nick Rafter. Seinen Rucksack. Dass diese vermissten Personen gewesen sind. Die Frage, wo ist dieses Labor eigentlich? Da sind wir bei der Blockhütte, wo dann hier... Ja, sehen wir mal, dass der mit Lowie... Ich gehe trotzdem mal in die Hütte nochmal rein. Vielleicht gibt es noch irgendwas. Vielleicht könnte ich so wieder das Ganze aufnehmen, aber... Das war es auch. Und hier liegt er halt. Na gut. Die, wie das Unfall oder die Tötete, die wir schonmal gesehen haben dann. Als der Lowie gestorben sagt, ja, Schamba hat der Typ ja nicht getötet. Zwar irgendwas transplantiert, dass es ihn zerrissen hat, aber... Er hat den Schamba da nicht direkt getötet in dem Sinne. ist es dann von der Frau von der Selma mit den Ausgrabungen hier. Tja, wie konnte er sich nur so irren? Wahrscheinlich hat die Forschung nichts gepocht, die er gemacht hat, wenn er nur der Tuller. Langlöser und Bühne wollen wir Zeit vertreiben. Zeitverschwindung. Dann hat er dann eine Zweifel bekommen, ob er richtig was anmacht. Gewissensbilds auf Schuldgefühle. Ich setze hier so ein paar Zeit mit der Atmosphäre auf. Und ich denke, ja, da macht es schon Spaß. Du hast es zwischendrin nicht gesagt. Du hast es so wie so ein Leerlaufer, würde ich sagen. Das schaut wieder aus, ob er heute hier. Du kannst das nicht ändern. Niemand kann. Da ist kein Sinn in gehen zurück und wieder zurück und wieder zurück. Der Ergebnis ist immer wieder der gleiche. Ich habe eine Leise, aber jetzt ist es Zeit, um es zu lassen. Du verstehst jetzt. Wir konnten nur sagen, wir hatten zu lassen Sie sehen. Und jetzt, Sie wissen was wir wissen. Sie fühlen was wir fühlen. Wir konnten nicht resten, bis wir auf von diesem. Und neither können Sie. Über und über wieder haben Sie erlebt das. Sehen das. Again und wieder. Du hast es. Du kannst nicht sehen. Du hast es. Die weight der Guilt drags Sie down und setzt Sie zurück auf das Path. Endlich. Da ist nur eine Art und eine Art und eine Art und eine Art, aber für uns, es bereits hat. Was du getan hast, aber du wissen das jetzt. Du fühlst die Wahrheit in dir in dir. Ein Tier, das du frei hast. Acknowledge was du getan hast. End die Cycle. Move on. Und keine Frieden. Wir vergeben dich. Das ist ein Tier, der Typ hat halt dieser Tod und halt Gewissensböse gehabt. Die gleiche跳be. The same steps? Why? You know all this. You've known it all along. And yet every time you choose to forget, to wake once more among the trees, to relive your nightmare, our nightmare, you push the truth away, refuse it, so much so it's become me. I don't exist. Only you do. You and all you've done. Enough. Enough of this. You can't keep walking that path like a stranger. You can't keep choosing to forget as you have. It's starting to break down. The dream, your memories, keep pushing through, taking her voice, my voice, your voice. It's time. You can't do this again. Walk that path again. It has to end. And here's where it finally stops. You can't keep turning your back on what you did. You can't keep lying to yourself. Just stop. Stop. Only you can make the choice. So what will it be? So, ich kann nicht machen, dass ich es speitern können. Ja. Ich glaube, anscheinend, dass es aufhört. Weiß auch nicht wie. Ich würde in der Lowy-Hütter hier. Das ist ein bisschen wie. Das ist ein bisschen wie. Das ist ein bisschen wie. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Bleib hier Oxt Sie ist weg Der Klei war dann ja bei ihr gewesen Bei der Frau hier Warum? Wo ich mich entscheiden kann Mit zwei Türen, wie es er sieht Akzeptieren, Leugnen Kann ich hier wenigstens speichern Nicht akzeptiere Aber ich wollte das nur irgendwie Dann an die Folge dran schneiden Wenn jetzt Dann noch irgendwie was groß kommt Und so, too, shall you Hier ist William Kleine Junge Den alter Mann, wo er immer gesoffen hat Ja, das war süß, als ihr seht Schau mal, wie es alte private Botschaft Und dann an einen Großvorteil Läu hieß, wie es da aussieht Doch, gut Das Spiel ist jetzt durch Ich muss mal gucken Ich würde mal im Internet Einfach mal sehen Mit den verschiedenen Enden Weil, gut, es gibt schon mal So zwei Enden, wie es da aussieht Na, super Hat das entwickelt Und dann würde ich, wie gesagt Mal sehen Welche Möglichkeiten es da gibt Bei dem Ende hier Am März 2019 Sah es also noch so aus Und wie gesagt Mal gucken Mit den Enden Das eine Ende mit dem Akzeptieren Oder halt mit dem Leugnen Was da jetzt der Unterschied ist Entweder ich muss Normales neu durchspielen Oder ich würde einfach mal gucken Ob ich da irgendwie Clip finde Ich dann irgendwie Dann bei mir einbinde Dass ich das dann zeigen kann Quasi Den Das andere Ende Wenn es irgendwie ist Dann habe ich das noch Das ganze Spiel Gut, ich weiß nicht Solange nochmal durchspielen Würde extra nochmal Nur, dass ich jetzt Das andere Ende zeige Ich muss mal sehen Wenn ihr das Seht ihr das hier Wenn ihr das Seht ihr das Ganze hier Wenn ich das dann doch jetzt Im Nachhinein Einfach hinterher Dranschneide Und das Ende hier Der Hand den Abspannier Der Musiklos ist Dann seht ihr das ja Wie gesagt Und ja Ansonsten Klar, wie habe ich das Spiel gefunden Gut, könnt ihr euch das schon vorstellen Ja, es war okay Wie gesagt Wie gesagt Es war nicht schlecht Es war nicht unbedingt So gut Es war okay Es war okay Es hat mir schon Irgendwo Spaß gemacht Ich habe es jetzt nicht bereut Dass ich das gekauft habe Zumindest wie gesagt Ich habe es halt Als es im Angebot war Mal gekauft Wo es noch ein paar Euro Kostet hat Da ist es okay Aber Auch gut Man darf jetzt nicht zu viel erwarten Wie gesagt Durch hast du wieder Phasen gefragt Oh Jetzt nimmt es wieder Fahrt Auf Jetzt wird es auch interessant Aber irgendwie Ist dann diese Stimmung Das Angespannt sein Wie geht es jetzt weiter Und was ist passiert Ist dann auf einmal wieder weg Wo man sich denkt Dann Weiß ich Da kommt einfach nichts mehr Von dem Spiel Wo ich denke Das ist irgendwie So von der Erzählweise Und ich denke Es ist zwar eigentlich So von Grundsatz Die Idee interessant Aber dann irgendwie Passiert nichts weiter Oder es wird nicht weiter genutzt Das ist halt schade Bei manchen Filmen Oder Serien Wenn das heißt Manche sagen auch Wo du denkst Oh Der Volk hat stark angefangen Oder der Film Aber dann irgendwie Das ist immer wie so eine Phase Das ist irgendwie Da plätschert alles So von sich hin Und dann wird es wieder interessant Das ist manchmal genauso So ging es mal Bei dem Spiel hier Wo ich mir denke Interessanter Ansatz Und alles War schon interessant gewesen Aber dann irgendwie Einbruch Wo muss ich denken Zwischendurch Was spiele ich da eigentlich Oder was habe ich da eigentlich gespielt Naja Wie könnt ihr mal eure Meinung sagen Wie ihr das Spiel Gefunden habt Ich gucke nochmal Wenn ich jetzt auf Wartel drücke Ob ich da nochmal Zum Ende komme Dass ich vielleicht auch nochmal Mich umentscheiden kann Wenn ja Dann Kann ich es ja gleich zeigen Und wenn nicht Dann nicht Mal sehen Keine Ahnung Wo ich jetzt bin So Gute Frage Wo sind wir jetzt eigentlich Wo sind wir Und wo gehen wir hin Dann mal kurz gucken Wie ist dieses ganze Tür Durchlauf Gedöhnt es hier Aber Hm Da ist halt der Blablabla Ja Na gut Wie gesagt Da muss ich mal gucken Ob ich dann noch Ey Welche anderen Enden finde Oder das zweite Ende Finde Und wie sich das jetzt Groß auswirkt Ob das so viel anders ist Wie gesagt Wir werden es sehen Ob ich das dann Nach Hinein noch Zusammengeschnitten habe Dann Und sonst Wie gesagt Lasst mal werden Und da auch noch ein Abo Sagt auch mal Eure Meinung zum Spiel Wie empfand ihr das Spiel Habt ihr Das gut gefunden So Dass ich hier zu viel Gemeckert habe Und ihr euch denkt Ach was will der Idiot eigentlich Das Spiel war doch geil gewesen Ich weiß nicht was der hat Oder sei der Meinung Wie gesagt Können wir auch Eure Meinung zum Spiel sagen Und auch noch klar Wie ich gespielt habe Wie ich kommentiert habe Ob es da irgendwie Verbesserungspotenzial gibt Und ja Ansonsten Sehen wir uns dann vielleicht In einem anderen Spiel wieder Also Macht's gut Bis dann Und tschüss Bis dann